Weltmeister in der Bestückqualität, das erfordert weit mehr als eine hochpräzise Maschine. Wer Qualität beim Bestücken will, muss diesen Prozess zuverlässig und durchgängig bei jedem Bauteil kontrollieren. Deshalb sind C-Place Bestückköpfe mit hochgenauen Spezialsensoren ausgestattet. Vor und während der Aufnahme, vor und nach der Bestückung, in allen Phasen wird genau geprüft, ob die Bauteile dort sind, wo der Prozess es erfordert. Jedes aufgenommene Bauteil wird von einem leistungsstarken digitalen Vision-System verifiziert. Dabei schaut die Kamera unseres digitalen Vision-Systems ganz genau hin. Pro aufgenommenem Bauteil macht sie mindestens ein Bild. Die flexibel einstellbare Belichtung zeigt nicht nur Umrisse, sondern macht jedes relevante Detail des Bauteils sichtbar. Modernste Algorithmen analysieren das Bild und vergleichen die Bauteilmerkmale blitzschnell mit den hinterlegten Teaching-Daten. Fehlerhafte Bauteile werden abgeworfen, die fehlerfreien Bauteile präzise für die Bestückung ausgerichtet. Unsere schnellen Collect & Place Bestückköpfe nehmen bis zu 20 Bauteile in einem Zyklus auf. Aber beim Bestücken wird jedes Bauteil ganz individuell behandelt. Unsere Bestückköpfe erkennen und erlernen auch kleinste Abweichungen bei Abholpositionen, vermessen die Bauteilhöhe und identifizieren Verformungen der Leiterplatte. Alles nur, um jedes der Bauelemente exakt mit der von ihnen in der Software definierten Aufsetzkraft zu platzieren. Ganz automatisch und bei voller Bestückleistung. Darum gilt Elektronikfertiger, die ihre Kunden mit Bestückqualität begeistern wollen. Vertrauen auf C-Place.